Die dritte Möglichkeit, Konvergenz zu definieren, ist die Konvergenz im quadratischen Mittel. Was man sich bei der Konvergenz im quadratischen Mittel anschaut, ist die Fläche zwischen dem Graphen eines Folgendlins und der Funktion, von der man vermutet, dass sie die Grenzfunktion ist. Bei der Konvergenz im quadratischen Mittel geht es dann darum, dass mit wachsendem n die Fläche zwischen den beiden Graphen gegen Null gehen soll. Jetzt habe ich es hier nochmal ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Sie erinnern sich an die Definition des orientierten Flächeninhalts. Flächeninhalte können ja sowohl positiv als auch negativ sein. Das heißt, wenn ich das Integral ganz allgemein von a bis b über die Differenz fn von x minus f von x integriere, bestimme, dann kann es sein, dass sich Flächen gegebenenfalls aufheben. So wie das hier der Fall wäre. Jetzt wäre die erste Möglichkeit, dass Sie sagen, naja klar, dann setzen wir das in Betragsstriche. Das Blöde bei den Betragsstrichen ist, dass die Betragsfunktion abschnittsweise definiert ist. Das heißt, da müsste man zunächst mal Nullstellen bestimmen und dann abschnittsweise integrieren. Das ist zu kompliziert, deswegen verwendet man die zweite Möglichkeit. Wie könnte man dafür sorgen, dass diese Funktion hier immer größer sein soll oder mindestens größer gleich Null? Naja, wir können die Differenz quadrieren. Dann ist das Integral wirklich nur dann Null, wenn die Flächen überall Null sind. Diese Überlegung schreibe ich noch mal in Klammern dazu. Alternativ könnte man sich die Betragsfunktion anschauen, aber das ist uns zu kompliziert in der praktischen Anwendung. Gefordert wird also, dass dieses Integral hier gegen Null geht, für N gegen Unendlich. Das gucken wir uns noch mal in einem kleinen Beispiel an. Unsere altbekannte Funktionenfolge, die wir auch in den anderen Beispielen untersucht haben. Und wir betrachten jetzt natürlich die Grenzfunktion f von x gleich x und untersuchen den Grenzwert des Integrals von 0 bis 1. fn von x, also unsere Funktion x mal diese Klammer. fn von x minus x, die Grenzfunktion, das Ganze zum Quadrat und x ist die Integrationsvariable. Das ist dann, das x hebt sich gegenseitig auf. 4x² minus 3x in Klammern zum Quadrat ist gleich das N², Klammern wir aus. Integral von 0 bis 1, das bleibt da stehen. So, jetzt könnte man sich natürlich die Mühe machen, das Integral auszurechnen. Allerdings, denke ich, können wir sofort festhalten, was hier rauskommt, ist eine Zahl c. Wir wissen auch, weil ein Quadrat integriert wird, dass die größer 0 ist. Also ist das hier beschränkt. Und wenn wir dann den Grenzwert n gegen unendlich betrachten, da steht ja der Faktor 1 durch n² davor, dann wird klar, dass da 0 rauskommt. Also, unsere Funktionenfolge konvergiert auch im Sinne der quadratischen Konvergenz gegen diese Grenzfunktion f. Ich fasse es nochmal zusammen. Quadratische Konvergenz heißt, die Fläche zwischen den Graphen eines Folgenglieds und der Grenzfunktion geht für n gegen unendlich gegen 0. Wir passen auf, dass sich Flächen nicht gegenseitig aufheben, deswegen das Quadrat. Und wir haben an dem Beispiel gesehen, dass unsere Funktionenfolge fn, die wir uns jetzt schon ein paar Mal angeschaut haben, auch im quadratischen Mittel diese Funktionenfolge gegen diese Grenzfunktion hier konvergiert. Dann zum Abschluss noch die formale Definition der Konvergenz im quadratischen Mittel. Wir sagen, eine Funktionenfolge definiert auf dem Intervall a, b, konvergiert im quadratischen Mittel gegen eine Grenzfunktion f, wenn des Integrals über die quadrierte Differenz zwischen den Funktionswerten für n gegen unendlich gegen 0 geht. Dabei verhindert das Quadrieren, das ist wichtig, dieser Differenz, dass sich Flächeninhalte mitgegeneinander aufheben.